Operator, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Sehr gut. Bringen wir es zu Ende. Bist du sicher, dass ein geplanter Einsatz des Aura-Former eine gute Idee ist? Unser Vorrat ist zu begrenzt und wir haben bisher noch keine einzige Blaupause gesehen. Außerdem hat Loki Prime keinen objektiven Bedarf für Nicht-Naramon-Auren. Und selbst wenn, reicht seine Kapazität dennoch aus. Du hast völlig recht. Aber wenn es um Loki Prime geht, bin ich nicht mit weniger als Perfektion zufrieden. Das Aura-Former wird der krönende Abschluss der 100-Former-Challenge sein. Bitte sag mir, dass diese Verschwendung danach vorbei ist, Operator. Ich glaube nicht, dass ich das noch lange ertrage. Oh nein, mein Freund. Das ist erst der Anfang. Bist du bereit für den Aufstieg des Ohren Gottes? Das sind Hörer... Alles bereit für den Einbau des Aura-Former, Operator? Einen Warframe 100-mal zu polarisieren, klingt eigentlich nicht nach Spaß. Aber das hier zaubert mir doch ein Lächeln aufs Gesicht. Erst. Bis zum nächsten Mal. Uns wurde befohlen, von jedem Opfer ein Ohr abzuschneiden. Neun Säcke voller Ohren wurden an Ögedei Khan zurückgesandt.